Die US-Weltraumbehörde NASA hat neue HD-Kameras zur Erdbeobachtung getestet. Am Mittwoch schickten die vier Kameras erste Aufnahmen von der internationalen Raumstation ISS. Dort sind sie in speziellen Behältern außen an der Raumstation angebracht. Die Experten der NASA wollen vor allen Dingen herausfinden, welches der Modelle der intensiven Strahlung und den extremen Temperaturen im Weltraum am besten standhält. Das Siegermodell wird dann ein Video-Live-Signal des blauen Planeten in HD-Qualität zur Erde senden.